Es ist vielleicht so eng. Ich zeig mal weiter. Und jetzt? Jetzt werden die Haare gewaschen. Waschen? Ja, hier kommt. Jetzt nörgelt es sich runter in den Kopf. Hoch mit dir. So, jetzt schon fertig, gell? Nein, jetzt kommen deine Haare ab. Wie Haare ab? Ja, du musst doch irgendwann erwachsen werden. Aber nicht mit so einem Ding da. Doch. Nein. Bleib still. Nein. Bleib still jetzt. Bleib still jetzt. Alles. Was? Was? Bleib? Bleib. Bleib still. Bleib. Bleib. Steig.